Spielend Neues Lernen. Lernspiele, die richtig Spaß machen. Bei Errate die Berufe lernen Kinder 20 verschiedene Berufe kennen, deren typische Bewegungen und Arbeitsmittel. Abwechselnd stellt sich ein Spieler vor seinem Mitspieler, zieht geheim eine Bewegungskarte und macht den Beruf pantomimisch vor. Die anderen überlegen, sägt hier ein Handwerker oder schneidet ein Koch mit dem Messer? Ja, rasch ein passendes Gegenstandsplättchen schnappen. Nun wird aufgelöst. Es war der Handwerker. Wer lag richtig? Die Kinder vergleichen die Farben und ziehen ihre Figuren auf dem Spielplan. Auch der Pantomimedarsteller darf für jedes richtig gewählte Plättchen einen Schritt nach vorn. Wer die Berufe gut darstellt und schnell errät, sammelt viele Punkte. Das Spiel lässt sich beliebig anspruchsvoller gestalten. Bis zu 10 Berufe Karten können ausliegen und die Rückseiten der Plättchen ohne Farbrahmen geben keine Hilfestellung mehr. Errate die Berufe. Für 2 bis 4 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Aus der Reihe Spielend Neues Lernen gibt es noch viele andere tolle Spiele. Aus der Reihe Spielend Neues Lernen